hey ho leute jetzt gibt es zum vatertag noch ein mini bonus küchen video und zwar mit einem ein pfanne menü ja das so gut wie fertig schon ist schauen wir mal schnell rüber und zwar habe ich hier in der amt pfanne die ich ja beim beefbuddy auf dem blogger treffen bekommen habe ein bisschen bacon angebraten dann einen grünen spargel rein und auch mit angebrutzelt der ist jetzt soweit fertig und kommt raus ja und dann noch ein durockschweinefilet auch einfach in scheiben geschnitten mit dem gewürz vom beefbuddy auch gewürzt ja und auch einfach nur in dieser amt pfanne ich muss sagen es sieht gut aus und ja ein kleiner schritt kommt jetzt gleich noch sobald die der spargel und das fleisch draußen ist so freunde wir werden jetzt hier uns ganz einfach noch ein bisschen schmant hier mit rein schmeißen nach komm du mal den becher rein dann ist er weg einmal ja du meinst sonst würden sie vor der türe stehen einmal kurz mit dem bacon sauber vermischen ganz kurz aufbrodeln lassen und dann können wir das da drüben schön über unsere zeller drüber tun wo ich mal wieder einen anrechtsversuch gemacht habe na da könnte man doch fast mein das ist so wie heißt die soße wie heißt die spargel soße ja genau könnte man doch fast meinen nein ist es ja nicht das ist mein teller der andere ist deiner tja leute wünsche ich bohr appetit und gewürzt hatte ich übrigens mitten schweinerei vom beefbuddy gut jetzt noch der schnelle probiererle sehr lecker geil alles in einer pfanne ruck zuck ein pfanne menü einfach nur lecker ja was soll ich noch dazu sagen das war's mit den ganz kurzen schnellen bonus video zum vater tag leute wir sehen uns ciao